Wir stellen heute wieder die Frage, was verbirgt sich hinter dem Überraschungseier-Code 610134, 610134. Und da ist ordentlich was drin. Es ist wieder etwas zum Zusammenbauen. Ah, das hatte ich schon mal. Echt? Ja, und das ist nämlich Familie Stachlik baut auf. Okay. Warum auch immer. Familie Stachlik. Ich weiß nicht, hast du gesagt, Kindersendung? Baut auf. Ach, guck mal. Und zwar seht ihr das im Hintergrund, da sind alles so eine Häuschen und die kann man dann aneinander setzen. Ah, das ist ja cool. Da hat man irgendwann ein riesengroßes Haus. Voll geil. Richtig gut. Es sind insgesamt, so wie es hier ausschaut, vier Häuser. Und das finde ich richtig cool. Vielleicht sind es sogar noch mehr Häuser. Familie Stachlik baut auf. Aber ich muss es in Wirklichkeit aufbauen. Familie Stachlik ist ganz schön faul. Sie wollen es euch nur weiß machen. Mhm. Mhm. Das ist schon das richtige Tal. Die Tür ist schon mal in der Wand. Jetzt geht es an den Boden. An den Boden. Stachlik oder Stachlik? Stachlig. Familie Stachlig. Stachlig. Finde ich leider nicht zu. Nein? Irgendwie nicht. Wenn ihr etwas wisst über diese Familie. Die Familie? In welchen Namen verwandten von dir? Schreibt es in die Kommentare. Voll die private Information. Wenn ihr private Informationen habt. Ja, ich habe es doch gefunden. Ah, cool. Erscheinungsjahr 2001 und Erscheinungsland Deutschland. Kann man denn vielleicht diese Nummern eingeben bei diesem Eier-Wiki, wo keine Namen von existieren? Kann sein. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Hoppeträuser, ne? Ja, voll. Aus Heer der Ringe. Cool, das ist echt gut. Ja, das ist voll geil. Da ist der kleine Igel dabei. Da ist der kleine Igel. Was? Was? Voll umgefallen. In der Aufnahme. Was ist das? Der Schornstein? Ja, verdammt. Hä? Wieso will immer irgendein Teil nicht da rein, wo es reingehört? Leute. Ich glaube, ich lasse einfach das Blatt vom Dach. Lass das Boden los. Ich lasse das Blatt vom Dach. Zum Glück keine Aufkleber. Ich will machen mal auf Stopp oder auf Pause, Leute. Bis gleich. So, Leute. Fertig ist das erste Familien. Der erste Teil des Familienhauses. Und ich würde sagen, des Igelhauses. Was ist jetzt los? Ja, okay. Nimmst du auch? Ja. Also ich würde sagen, oh, da ist der Igel schon wieder angefangen. Oh nein. Wir sammeln. Wir heben das auf. Und wenn wir dann wieder einen Häusern haben, dann gucken wir mal, wie man die wirklich, oder ob man die wirklich gut aneinander setzen kann. Genau. Hat der Igel nen Namen oder steht da immer nur... Ja, hat keinen Namen. Ingo. Das ist Ingo. Das ist Ingo. Genau. Alright. Das ist der Ingo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Bis dann. Tschüss.